Wir stehen mit Oke Göttlich im Stadion. Oke, was würde passieren, wenn wir uns hier als Devotionale zum Beispiel diesen kleinen Eckpunkt mitnehmen würden? Ja, also ich würde, ohne mit der Wimper zu zucken, euch den allerschärfsten Mitarbeiter, Dieter Röser, sofort auf den Rücken schnallen. Der ist so jenseits der 65 und zwar weit jenseits der 65 und den möchtet ihr nicht erleben, wenn an seinem Rasen auch nur das kleinste Helmchen gekrümmt wird. Guck ab, Dieter, er ist wunderschön. Da ist richtig was los und wenn das dann noch nicht ausreichen würde, dann würde ich euch zur Not den lieben Kollegen Bubu vorbeischicken und ich sage euch, der kann euch so zusammenbrüllen, das habt ihr noch nie erlebt. Asrit, Asrit, geh da weg!